Ömmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ja was machst denn du da? Äh, ja, ich bin der Mantla aus Straubing. Äh, ich mach jetzt grad Schuhyoga. Ja für was ist denn das grad Schuhyoga? Ja ich tu meine Schuhe ausbalanciern. Weil ich weiß ja noch gar nicht was ich nehmen soll. Ja und du hast ja so viele schöne Schuhe, wo können wir denn die herhaben? Ja, freilich, die kannst du bestellen bei www.sport-erthl.de. Ja, ich wollte dich jetzt auch nicht so lange stören bei deiner Meditation, gell? Dann mach mal weiter, oder? Also, mach's gut.